Hallo zusammen. In diesem kurzen Video möchte ich euch nur mal eben zeigen, wie man eine PDF-Datei in einem WordPress-Beitrag einfügt. Sofern du dafür zurzeit noch irgendein fancy Plugin verwendest oder einfach nur wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann kannst du dieser kurzen Anleitung folgen, wie man mit dem Gutenberg-Editor eine PDF in einem WordPress-Beitrag einfügt. Um das zu veranschaulichen, öffne ich immer einen meiner Beiträge, bearbeite den. So, jetzt haben wir hier so ein schickes Brownie-Rezept und jetzt nehmen wir mal an, ich möchte am Ende des Beitrags eine kleine PDF einfügen und zwar genau hier hin. Dazu kann ich entweder hier das Plus oder auch da oben das Plus nutzen, das ist eigentlich egal. Öffne hier meine Blog-Auswahl und gebe hier oben Datei ein. So, das hier ist der Blog, den wir benötigen. Ich könnte den auch finden, indem ich hier oben einfach PDF eingebe. Es geht einfach nur darum, dass ich hier nicht zwingendermaßen eine PDF-Datei, sondern auch wahlweise andere Dateien einfügen könnte. So, meine PDF, die könnte ich jetzt hier hochladen oder ich habe sie bereits in der Mediathek, so wie das bei mir der Fall ist. Finde hier meine PDF, auswählen und hochladen. So, und hier sieht man jetzt auch direkt schon, wie diese PDF in dem Beitrag angezeigt wird. Um das nochmal zu verdeutlichen, werde ich den Beitrag mal eben aktualisieren, damit wir uns das nochmal im Frontend anschauen können. Auf Beitrag ansehen. So, jetzt scrollen wir hier mal runter. Und hier sieht man auch schon, wie wunderwunderschön diese PDF-Datei, die aus mehreren PDFs besteht, dargestellt wird. Man kann hier die einzelnen PDFs an der Seite auswählen und selbstverständlich hat man hier auch die Möglichkeit, die PDF runterzuladen oder auch auszudrucken. Auch die Größendarstellung kann man hier noch kurz verändern und für diejenigen, die dieser Download-Button hier oben zu klein dargestellt ist, gibt es hier unten nochmal einen schicken Button zum Runterladen der PDF-Dateien. Tja, ich hatte ja am Anfang ein kurzes Video versprochen und das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Tschüss!